Hallo! Hallo! Los! 3, 2, 3, 2, 1 Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist heute der liebe Mo Hallo! Der liebe Sturmwaffel Al, 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 Alpastein! Und der liebe Alpastein, guten Tag! Und der liebe Alpastein, guten Tag! Ganz genau! Leute, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen im Im Spielwiesen-Modus, Leute! Denn ihr habt alle darauf gewartet, es ist endlich Zeit für Hide and Seek in Fortnite! Ja, was denn? Macht dich bereit, bitte! Alpastein, bitte, mach dich bereit, okay? Ich gebe dir kein Geld, mach dich einfach bereit, wir wollen anfangen, Mann! Also Leute, wir gehen jetzt nach Tilted Towers, gemeinsam droppen wir da, treffen uns an einer Stelle Erste Regel, für die Versteckenden, es darf nichts Machen wir 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 Hast du mir zugehört, was wir spielen? Also, wir laden erstmal bitte genau hier vorne vor dem neuen Haus bei dem gelben Marker Folgende Regeln, dann wirst du gekickt und darfst nie wieder mitspielen Folgende Regeln gibt es, Leute Also, die Versteckenden dürfen Wände abbauen, allerdings sich nicht einbauen Oder die Stadt im Radius von Tilted verlassen Und, die müssen vom Sucher niedergestreckt werden Die Versteckenden dürfen Falle nutzen, um den Sucher auszuschalten Allerdings keinerlei Waffen oder ähnliches Okay, okay Ist der Sucher ausgeschaltet, dürfen sich alle bereits gefundenen nochmal neu verstecken Und die Runde fängt von vorne wieder an Du hast es komplett richtig erblickt, Alpastein, wir spielen gemeinsam Hide and Seek Das bestimmen wir jetzt gleich durch ein kleines Rätsel Den Gegner, Norden Mo, das sind alles wir, keine Sorge Achso Kommen alle beisammen, keine Kisten öffnen, bitte Alpastein, komm von dem Turm runter Ach, Alpastein Komm bitte von dem Turm runter Alpastein, du Alles klar, gut, ich würde sagen Wir nehmen uns einfach hier noch die Tränke von Alpastein Und Alpastein Ja, ganz genau, Alpastein Wir dürfen, by the way, als versteckende Kisten öffnen Und uns nötige Alters rausziehen Wie gesagt, nur Fallen und anderen Kram Und ich würde sagen Man darf sich nicht verteidigen Man darf sich nicht verteidigen Außer mit einer Falle, ganz genau Alpastein, du suchst uns an der Stelle, würde ich sagen Doch, weil du bist nämlich gestorben Doch Alpastein sucht Okay, Alpastein, zähl jetzt bitte Alpastein, zähl jetzt bitte von 30 langsam runter Andersrum, ach, ist ja auch egal Bis 30 29, 3, 2, 1 Ich komme, versteckt euch oder nicht Habt ihr Pest gehabt Der beste Call, versteckt euch oder nicht Habt ihr Pest gehabt Habt ihr Pest gehabt, ne Ja, wie sagt man, ich hieß das Redet mal Hallo Hallo Okay Ja, Alpastein, möchtest du ein bisschen moderieren, was du gerade tust Ja, ich bin Zipp Oh, ich seh ihn Granaten gehen, oder? Also ich hab ja auch noch so 20 Granaten Ja, Granaten, Granaten sind schon okay, sag ich mal Oh, was geht bei Mo Ja, Mo ist damit schon raus an der Stelle Pisi Pisi Oh, das ist der nächste Aha, wer ist sonst? Baby Wer ist dieser gelbe Schlumpf? Der gelbe Schlumpf? Ey, gute Zwerg Der gelbe Schlumpf? Ja, ich denk mal nicht, dass er mich finden wird Der dumme Stein Oh shit, oh hab ich mich erschrocken auch, Alter Okay, ihr müsst mich jetzt alle suchen, ne Ihr müsst mich jetzt alle suchen Ihr müsst mich jetzt alle Ihr müsst mich jetzt alle suchen Ihr werdet mich safe nicht finden Ich werd dich direkt finden Passt auf vor meinen Fallen Nicht, dass der da reinfällt Huuuuhu Reinfallt, also tief, oder was? Äh, nein Baby, es ist vorbei Nein, es ist es nicht, ihr habt mich noch nicht gefunden Ich ist vorbei Einfach hinten drin Bisschen voll, dass ich Willow einfach verstehe Ja, look auf so'n Baum, oder so Ja, 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 ja Brauchst doch gar nicht den Baum im Park abschießen, wer auch immer das gerade ist Okay, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich Hahaha 还有 Baum im Park vaum im Park Ihr werdet mich nicht fühlungen Wie jetzt? Fühlen völlig dich! Fühlen würdet ihr mich auch nicht, nein Okay Okay Das muß nicht kaputtgemacht werden, da vorne, ne Mit dem LMG Warum sieht der das alles? Warum sieht der.. Ich hab meine Augen überall, Schätzelein. Gucken wir mal, bist du hier? Nein. Das war ich. Oh, Heimo. Ich hab den gelben Schlumpf als Skin. Eiferstein. Da oben der Detektiv-Skin. Von der Holzlatte bitte runtergehen. Auch von der Treppe bitte runter. Die Treppe zurücklaufen, die Treppe bitte runter. Dankeschön. Beim gelben Bus bitte aufpassen. Der Busfahrer ist sehr aggressiv, Freddy. Idee? Idee? Nee. Nee? Nee. Ich sag nur so viel. Dieses Versteck ist das offensichtlichste, aber auch das geilste eigentlich. Eine Ewigkeit später. Boop, boop. Lastkraftwagenfahrer. Boop, boop. Ist das ein Hinweis oder hast du gerade eine Macke? Vielleicht beides. Ich bin jetzt schon so lange versteckt, Alter. Du bist halt wirklich freaking 14 Minuten, Alter. Es gibt halt so eine Art Tunnel. Oh mein Gott, ich weiß. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Was? Oh Junge, Digga. Oh Junge. Ja Digga, man muss halt wissen wie, ne? Jungs, ihr braucht euch nicht umbringen. Ihr braucht euch nicht umbringen. Freddy, alles gut. Ich würd sagen, an der Stelle such ich dann einfach mal. Freddy, darf ich die goldene, darf ich die Tommy Gun als Suchwaffe benutzen? Natürlich. Dann geh mal her das Schätzelein. Wer baut denn hier diese Eiferstellen? Hör doch auf Tilt dazu zu bauen, du Holzkopf. Ach Junge. Okay, also ich würd sagen, ihr versteckt euch an der Stelle. Mhm. An der Stelle hier? Genau, an der Stelle einfach verstecken. Okay. Ähm, ich zähle runter von 15. 15, 14, 3, 2, 1, ich komme. Wusstet ihr, dass ihr euch mit C auf den Boden legen könnt, flach? Ne. Wirklich so? Nein, kann man nicht. Wer hat C gedrückt gerade? Ich. Jo, was geht ab, Alter? Alphastein, wie dämlich bist du? Was war das für ein scheiß Versteck? Ich hatte keine Zeit. Doch, du hattest genauso viel Zeit wie die anderen. Ich geh von da, weil ich musste runterfliegen. Was? Nein! Ja. Ja, von mir aus versteck ich halt nochmal. Okay. Also irgendwie, das Haus hier stört mich einfach. Aber ich glaube, ich musste mal weg machen. Da muss man sich einfach mal drum kümmern. Abrustunternehmung und auf Wiedersehen. Ohohoho, Alter! Junge, mega laut, lass es doch. Wie er auf die ganzen Pyramiden schießt. Und der Welcher bin ich, ne? Ich weiß ganz genau, dass du sowas machst, Mo. Ich weiß ganz genau, dass du so jemand bist. Ne, geh mal eins höher. Geh mal eins höher. Jo, es geht ab. Alphastein. Wie dämlich? Nein, das zählt nicht. Hä, wo seid ihr denn, Alter? Hä? Ist das so simpel? Alphastein, helft mir doch suchen! Ich weiß, wo er ist. Dann zeig mir. Riebi, ich geb dir nen Chip, okay? Zeig es mir! Riebi, ich geb dir nen Chip. Zeig es mir, Mann! Ich geb dir nen Chip, Riebi. Zeig es mir! Ich geb dir nen Chip. Ja. Geh vom Bus weg. Ja? Ne, ich hab nichts gehört. Echt nicht? Ne. Oh, okay. Ui, 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 ui. Ey, 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 ey! Ey Junge! Ui, 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 ui. Was ist das denn, Digga? Das war knapp. Ja, wo bin ich hingeflogen? Hä? Also du bist auf jeden Fall mega weit weg von mir gerade. Hä? Wie du es gar nicht hast. Ah. Ey, wo ist dieser hässliche Mo? Ich hab den hier gerade noch gesehen. Ja, ne, da rumspringen macht keinen Sinn jetzt. Die müssen wir in die richtige Richtung kommen, Leute. Hast du gedacht, dass ich noch in die Falle reinlaufe, ne? Ja, 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 aber das war eigentlich neben mir, ne? Junge, du warst die ganze Zeit unter dieser Treppe, ne? Ja. Wie ging das mit dem Tutut Lastkraftwagenfahrer? So war das richtig? Ich weiß, wo du bist. War's gut. Hasta la vista, Bruder. Ach, wohl. Hä? Ey, Junge, das kann doch nicht wahr. Okay, 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 warte, warte, warte. Lastkraftwagenfahrer, Lastkraftwagenfahrer, Tutut. Okay, okay, okay. Was denn? Also hier gibt's noch Geld. Dann so Hippies. Hippies? Ja, Hippies. Sie haben so einen Hippie-Wagen, der ist so pink. Dann sehe ich noch einen Berg, ganz weit weg. Oh, Junge, Alter. Oh, Junge, Alter. Ey, du bist sowas von verschmolzen damit, Digga. Oh mein Gott. Wo war der? Er hat sich unter dem Lastkraftwagen, Tutut, versteckt. Okay, okay, ich würde sagen, eine Runde hängen wir nach hinten dran. Diesmal eine kleine Extremversion. Und zwar, Mo, du suchst und wir dürfen uns verteidigen. Allerdings nur mit Snipern gegen dich. Was? Du darfst alle Waffen benutzen, Mo. Das heißt, wir dürfen quasi auf dich losgehen, wenn du irgendwo bist, okay? Das dauert zwei Minuten. Alles gut jetzt. Das warst du. Sorry. Sorry. Ich habe schon wieder gehittet. 10 HP jetzt mal. Ja, ist doch okay. Ja, reicht. Traurig, aber wahr. Bist du schon da? Bist du schon am Besuchen? Vielleicht. Du musst halt was sagen, ne? Ja, bin ich. Ein bisschen lang. Ich habe so Angst gerade. Es sind einfach immer so drei creepy Schwacken, die einen so anstarren. Ich habe richtig... Was ist eigentlich bei Alpha los? Ist alles gut bei dir, Alpha? Welchen Skin hast du, Freddy? Äh, ich klasse den Detektiv-Scan. Warum? Du Hund, Alter. Hast du ihn getroffen? Natürlich, Digga. Und wo kam das? Du hast ein Jagdgewehr-Profi hier, mit dem du spielst. Ich habe dir schon einen Hint gegeben, Digga. Profi? Oh, Junge, der Headshot, Alter! Auf geht's, Mann! So, jetzt werden die Karten neu gewürfelt. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Okay, Mo. Nächste Runde, würde ich sagen. Auf geht's. Boah, das ist richtig geil, Digga. Das ist richtig schön, Junge. Mit dem Jagdgewehr. Oh, nice. Der hat man jetzt gleich mal geklaut, Alter. Boah! Digga. Das ist ein Mob. Und das ist außerhalb von Tilted, wo du bist. Äh, äh, ist es nicht, ist es nicht. De facto ist es das nicht. Das sind nämlich noch die Buchstaben von Tilted. Towers, mein Freund. Mach jetzt mein Fallschirm einfach nicht auf. Selber schuld. Mh, ha, 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 ha. Einfach resignieren. Er hat so einen nicen Headshot kassiert, Digga. Na, das auf jeden Fall. Ey, da kommt schon wieder... Das ist so straight up Mobbing einfach. Du Ratte. Meinst du mich? Ja. Hast du mich gesehen? Ja, ja. Freddy, wo hängt der? Äh, der ist, äh, beim großen Turm in der Mitte. Äh, unter dir. Das ist schlimm nicht. Unter mir ist der Freddy. Toller Call, danke. Hey, das macht voll Spaß. Oh, oh. Oh Gott. Wenn ich dich jetzt nicht bekomme, bin ich so schlecht. Freddy, lauf! Nein! Oh, ich hab ihn fast noch mit der Scheine. Oh Mann. Ich muss es mitsuchen, ne? Ja. Okay, Freddy, du darfst mich nur nicht von oben sehen, wenn du runterfliegst, ne? Das stimmt. Hi. Freddy, verpiss dich. Verpiss dich, Mann. Das ist... Hacke! Ah! Hacke, was ist los bei dir? Mach ich Damage? Ich glaube, ich mach kein Damage. Nein! Au, Damage! Aua! Nein! Wahnsinn! Ich darf nur mit der Hacke mehr! Nein, das zählt nicht! Ah! Nein! Das zählt nicht! Das... Du kannst nicht auf mir landen! Das ist nicht fair, Junge! Das ist nicht fair! Du hast ein HP! Ein HP! Okay, dann suchen wir jetzt gemeinsam Alphastein. Ich sehe Alphastein von mir. Häää! Bitt hier, warte! Ich mach mein Haus! Boah, Freddy, du bist ziemlich low, wa? Ja, das... Ich bin low. Warte, aber Alphastein baut dir so sein Haus. Den muss man nicht mal filmen. Das ist doch nicht sein Ernst! Hähä! Hähä! Es macht Spaß! Ich mach's... Was machst du? Hör auf! Kommt her! Nein, du darfst nicht mit der Schroflette schießen! Du darfst nicht über Haus gehen! Mach mein Stück! Hähä! Geh runter! Wie, er ist gar nicht... Ey, er macht mein schönes Haus kaputt. Ganz ehrlich! Ganz ehrlich! Bring ihn um! Nice! Ich hab zwei HP, Alter. Sehr gut! Jungs, Mädels! Hä, wo ist du? Nicht ich! Das war... Was? Freddy, warum? Weil lustig! Leute, ich würd's sagen... Ich geh mich nie weg! Freddy, bring ihn bitte um! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Der hat mich sogar! Alter, was ist denn los? Wo ist der? Wo ist der? Der ist unten im Tunnel. Er hat ne Schroflinte! Das ist so unfair! Er darf eigentlich keine Schroflinte benutzen! Wo ist der? Hier unten drinnen! Bam! Hackshot, Junge! Nice! Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde von Heighton Sneak... Der musste sein! Für was?! Epischer Sieg, Alter! Epischer Sieg! Ja, endlich! Kann man machen! Perfekt! Mo ist damit raus, meine Freunde! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Ich würd's sagen, wenn ihr Bock auf weitere Folgen gehalten habt, ihr habt mit der Truppe, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da! Schaut unbedingt bei Mo, bei Alphastein und bei Alphastein vorbei! Macht's gut! Haut da rein! Alles klar! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Tschau tschau! Tschau tschau! Tschau tschau! Tschau tschau!